Der Zooner-Marke-Fun und ich zeige euch jetzt, wie ihr in Gefängnisausbruch in wenigen Sekunden den Verkaufsautomaten nutzen könnt und eine epische bzw. legendäre Waffe kaufen könnt. Dafür müsst ihr ein Polizist sein, dann geht ihr einmal rechts neben den Verkaufsautomaten zu diesem roten Punkt, dann geht ihr nämlich zu Travel to City Guard Base einmal rüber, dann wählt ihr hierhin teleportiert und dann seht ihr schon diesen goldenen Automaten, wo die Pistole ist, die ist umsonst. Die könnt ihr jetzt 5 mal kaufen, macht das am besten so weit ihr dieses Video seht, weil ich weiß nicht, ob das so gedacht ist bzw. ob das nicht sogar gepatcht wird. Und dann habt ihr hier direkt in ein paar Sekunden eure 5 Sachen fertig, also mindestens epische solltet ihr kaufen, habt das hier fertig und ich hoffe es hat euch gefallen und geholfen, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu auf meinem Gen seid, drop dein Abo, wir sehen uns Freunde, haut rein.